herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge und draußen die sonne hier vielleicht sieht man vielleicht ein bisschen sieht man nicht kamera hat es komplett auf hat es richtig hell hotspots die sehr hell so eine kamera die hat ein bisschen spätig gerade schau ein bisschen festdrehen hier so ist dieses mittelding okay das fest nachher da okay aber nicht jetzt ihr seht ja alles erfasst jetzt die mich doppelt ab jetzt immer so gespielt so perfekt und der fokus geht müssen so bitteschön man auch sehr schön jetzt nicht mehr wenn ich so fokus nicht mehr fokus fokussiere kameras so wir wollen das und wir wollen das so let's go genau hotel wird gefilgt was ich mal endlich mal probieren würde ist tatsächlich mal unsere technik smart ein bisschen ausreizen und zwar ich weiß nicht wie die heißen ich weiß gar nicht wie die gemacht wieso wenn die dinge hier nicht angezeigt warum nämlich richtig viel scheiße für brauchen wir echt richtig viel scheiße für und erst der hier heißt mk3 mk2 ich dachte der hier heißt mk1 oder so ok da brauchen wir richtig viel scheiße für wir brauchen vier stück davon funktion 4 da fack okay gut wir fangen jetzt mal mit dem hier an ja und das heißt wir brauchen scheinbar jeweils nur einen einzigen wir brauchen also nur einen roten am anfang da klingt sehr praktisch okay das heißt man kann den in verschiedenen funktionen haben oder irgendwie so keine ahnung oder umschalten oder wie ist der geier was und mit allen funktionen in denen es den gibt es kann man daraus den vierer machen also dann auch verschiedene funktion da ist der zweier besser als der vierer der also ist der zweier besser als der dreier hier oder wie jetzt weil eben ein rezept gibt es hier für den vierer auch nicht man kann also nur den logischerweise ohne zahl generieren den hier kann also durchaus sein dass man bei dem blauen auch verschiedene funktionen hat auch wenn die hier nicht angezeigt werden egal wir fangen wir erst mal mit dem roten an und gucken mal was wir daraus machen können ach man leckt mich so wir brauchen ein diamanten bohrkott da war ja was wir brauchen ja diamanten und diamanten waren glaube ich die sachen die wir nicht haben von all den schicken sachen die wir haben ich guck mal kurz unten so hier haben wir gar nichts ach ja stimmt die ganzen rohstoffe haben wir noch bei uns oben im zimmer ok doch wir mittlerweile ein paar ok cool 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 stimmt das war ganz ganz am anfang von dem let's play daten war davon mangelware aber eben wir haben jetzt mittlerweile und die große mine und da hat auch auf allen dadurch habe ich schon was ich hier von das geht also tatsächlich und selbst wenn nicht können wir uns über diese mine relativ schnell neu holen auch draußen ist dunkel gut das heißt wir brauchen zippenbaren edelstahlbaren und rote energie kristall oh mein gott silber barren silber barren ok sollten wir aber alles zusammen außer energie kristall was ist das denn haben wir so energie kristall was ist das ach müssen wir auch craften ok auch diamante ok jetzt mal erstmal gucken also können wir uns die ganze scheiße überhaupt leisten wir brauchen für den brauchen wir einen energie kristall für einen blauen energie kristall brauchen wir einen grün für den einen roten um den grün zu machen brauchen wir aber einen grünen energie kristall um den zu machen brauchen wir halt auch nochmal einen roten und um den roten bohrer zu bekommen brauchen wir auch erstmal einen roten das heißt wir brauchen drei rote energie kristalle zwei grüne energie kristalle also wir brauchen am anfang erstmal drei rote energie kristalle aus zwei von denen machen wir dann zwei grüne energie kristalle und aus einem von den grünen energie kristallen machen wir dann einen blauen energie kristall das heißt am anfang stehen erstmal drei rote da brauchen wir zwölf batterien für wobei batterien dürfte man glaube relativ viele haben wenn zwischen uns die rohstoffe dafür haben wir glaube sehr viel da brauchen wir ein ganzes fahrzeug hier und davon haben wir eine menge eieiei ok 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 wir brauchen wirklich wichtig sind also wirklich sehr wertvoll sind plus die batterie grün da brauchen wir 24 von für die sechs kristalle ne dreimal rot zweimal blau einmal grün brauchen wir also jeweils vier batterien für also dafür schon 24 batterien dann brauchen wir hier jetzt muss ich mal gucken wir brauchen nur für den ausgangsform brauchen wir die dinger das heißt wir brauchen hier von gerade mal drei stück also zweimal dieses rezept das klingt völlig machbar ok cool das heißt wir brauchen hier von vier stück brauchen hier von vier stück und was für das andere gold 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 ok also und fackeln 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 die müssten bei mir noch in der tasche sein kann das sein dann suchen wir mal wieder diese fackeln wo sind die die dinger bist doch echt nur suchen so ich freue ich dir eine eigene kiste extra hier mitten im weg für die fackeln so das heißt die dinger nein die dinger gibt mir ach so wie ach ja ich habe immer noch gif 2 4 hat man davon schon welche das war so klar egal drauf kommt ganz ehrlich das ist doch scheiße ficken arsch gut jetzt haben wir zwei über brauchen wir für nächstes mal also gar keine zum kotzen gut ok ähm batterien wir brauchen 24 batterien da gucke ich jetzt aber erst mal nach ob wir bereits batterien haben nö gut wie machen wir noch mal batterien da gab es ja verschiedene wege für ne ach stimmt es gab sogar ein rezept komplett ohne sulfat ja gut dann wäre jetzt die frage was davon am günstigsten wäre hier brauchen wir äh äh wie heißt das auf deutsch man blei blei brauchen wir dafür äh und sulfat äh zwei ist das gleiche jeweils mit wasser ah ne hier ist mit öl extrakt also das ist wahrscheinlich das realistischste rezept das ist nochmal genau das gleiche nur dass hier halt das nicht schon zerkleinert wurde und dann halt das billig rezept ich meine wir können ja jetzt natürlich einfach das billig rezept benutzen weil zinn und kopf waren wir am meisten ganz ehrlich warum da die mühe machen jetzt ganze sulfat zerreiben wenn wir auch direkt einfach zinn und kupfer nutzen können kupfer oh zinn haben wir nur acht ok zinn haben wir gar nicht so viel das heißt zinn also wie viel brauchen wir eigentlich ok wir brauchen für eine batterie eins das heißt wir brauchen 24 acht haben wir schon wir brauchen also noch 16 das heißt ich nehme acht stück zerreibe die dinge unten in der in der in der in der wehe ding hallo was ist hier los du nach da du nach da du nach da wege schleifer schleifmaschine genau hier und damit ihr so sagt wir darauf nicht 16 stück bekommen und die können nämlich einschmelzen dann haben wir 24 zinnbaren brauchen wir 48 hiervon dann passt das ganze doch wunderbar ha das wird ein spaß das wird geil das wird richtig richtig nieke ah cool wieder schlimme technik mod bauen das ist immer so kompliziert das richtig spaß macht ok let's go das heißt also holz brauchen wir noch massenhaft holz aber von holz haben wir auch massenhaft das schöne ist er sagt ja wir können alles an holz nehmen wow zirka solche sachen zählen dazu cool das heißt wir können durchaus mal gucken ob wir irgendwelche sachen verwurschten können wo ist unsere holzkiste die holzkiste müsste hier sein ok so viel holz haben wir aber gar nicht ich meine hiervon haben wir tatsächlich ein paar haben wir eigentlich hier noch was drin aber auch noch holz ich dachte wir hätten hiervon mehr ich habe mir letztens ein paar zusammen gesammelt aber scheinbar doch nicht so viel ich dachte so hier sind auch überall nur blätter drin ok so wir brauchen beliebiges normales holz halt ansonsten können war fernstamm ok die dinge können wir benutzen also hier unten habe ich alles gar nicht ok gut das heißt wir brauchen sechs pro batterie das 24 mal oder hat meine rechenen skills aber auch schon auf das müssten 144 sein richtig 12 6 4 4 4 2 im sinn ja doch 144 genau ähm 144 brauchen wir also gut das klickt auch noch im plan ähm dadadadada babadabada was brauche ich jetzt eigentlich gerade holz was ist mein holz da so wir haben 31 ok 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 gut heute haben wir gar kein hier aus dem holz machen oder gut dann über wir haben kein normales holz wir haben bloß hier dieses pine tree alle über hier haben wir noch das haben wir auch noch gut da war ich jeweils hiervon noch ein stack übrig aber dieses ganz normale auch gut haben wir gar nicht mehr heißt das auch gut also hier ist das holz halt das ganz normale stinknormale holz ich meine hier haben wir noch ein bisschen was ne klar aber das ist ja unsere reserve tasche da ist ja nicht umsonst drinnen ok 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 jetzt hierbei kann ich meinen ganzen scheiß hier rein klatschen wieder das ist ja hier so rein da rein da rein da wieder alles an einem zentralen platz ist und ich hier alles überall rum fliegt apropos überall rum fliegt du kannst raus du kommst hier rein hier habe ich gar nicht dann mache ich daraus direkt stecker und klatsch die in die kiste so ok so jetzt noch mal also wir haben wir brauchen also noch mal ungefähr ach so das heißt wir können nicht kombinieren doch das müsste eigentlich mit 30 könnte ich machen das heißt wir brauchen noch 114 so und jetzt noch mal 98 also machen wir 98 geht nicht ich glaube ich habe jetzt zwei zu wenig müsste also noch zwei machen aber für den fall dass mich hat im kopf falsch überschlagen habe machen wir erst mal so und gucken wir weiter kommen so erst mal so dann aber das hat sich nämlich schon mal weg da haben wir machen wir alles auch die kann man ja nicht stecken oh mein gott brauchen noch eine temporäre küste für uns deckbare sachen wir haben ja auch noch die ganzen scheiß dinger drin die kann man auch alle nicht stecken habe ich auch für eine kiste wo ich ganz viel platz habe hier zum beispiel komm mal erstmal hier rein so ja mit hier 15 ne hier sind nur 13 genau zwei sind noch übrig so dann haben wir jetzt 15 also gut wir können nicht mehr machen als hier also sollte alles passen so jetzt mal so und mal so und mal ein haben wir davon noch kommen macht das sinn oder kommt jetzt 8 ja genau ich habe zu wenig davon so das heißt jetzt bleibt genau jetzt will ich noch genau einer ach so ich hätte dir verwenden könnte verdammt habe ich vollkommen vergessen die gibt es ja auch noch okay da haben wir es halt so okay gut die kommt erst mal auch alle hier mit rein erst mal jemand auf die reihe bekommen ganz ehrlich und hier wieder rein du kommst hier unten so ungefähr ach hier sowieso alles durcheinander weg 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 so okay was brauchen wir jetzt für die energiekristalle die haben war rote farbe brauchen wir sechs mal und sechs silber barren silber barren haben wir ganz viele brauchen wir bauen noch ganz viele das heißt ja wahrscheinlich weit zu wenig aber wir haben noch ganz viel silber wir können also noch ein bisschen was machen hier gut aber erst mal brauchen wir nur sechs das passt also und wir brauchen rote farbe und farbe haben wir irgendwo gehabt ich weiß nicht mehr wie viel wo war das denn wo war hier oben ne ne ach hier ach hier ok drei na ja das rechnen kannst wir müssen also auf jeden fall noch farbe erzeugen generieren machen tun und dingsten ähm das heißt wie macht man am dümmsten farbe haben wir da irgendein super preiswertes rezept ach eine blume zum beispiel ist relativ wow beim extrahieren bekommt man vier stück draus beim mischen bekommt man entweder vier oder eins raus wow sehr wow sehr geil und beim fertigen bekommt man was hier untersteht zwischen fertigen und mischen ist doch genau das gleiche oder nicht das heißt das heißt wenn man das ding in dem crafting ding macht hier bekommt man entweder vier raus oder man bekommt vier raus oder man bekommt einen raus das ist halt das problem wenn man mit vielen verschiedenen mods arbeitet das ist sicher teilweise echt hart überschneiden und dann so ein mugs dabei rauskommt haben wir überhaupt blumen ne oder wir haben neuen blumen das heißt wir brauchen rote wir brauchen grüne und brauchen blaue also jetzt gucke ich mal wenn ich in die crafting kack packe okay cool bekommen wir direkt vier drück für stück raus dann machen wir direkt alles können wir früher später auf jeden fall gebrauchen ähm okay hier haben wir nur zwei blumen vorn verdammt äh gut da könnte ich aber noch gucken ob wir da nochmal eine andere farbequelle für haben weil ich glaube mal grüne farbe kann man aus sehr vielen sachen machen und hier mache ich erstmal ein so ein stack also ein so ein 10er block meine ich jetzt so also 40 äh grüne farbe woraus bekommt man alles grüne farbe ja genau von ne ganze menge sachen also da haben wir echt viele möglichkeiten ähm irgendeine gegenstand der zur haust ah ok da können wir also ein paar sachen verwerten dann würde ich das sogar machen mal gucken was da dazugehört ja diese ganze scheiße wo keiner weiß was man damit machen soll da kann man nämlich nur grüne farbe draus machen ja dann machen wir das doch dann hat diese ganze scheiße mal Sinn hiervon haben wir auch noch eine herzliche menge können wir auch eine grüne farbe draus machen cool das heißt lass ich das aber nochmal gucken sonst kann man daraus nichts machen hieraus kann man ja gut auch nur das machen hieraus kann man auch nur das grüne farbe machen und hieraus kann man auch nur grüne farbe machen ok das heißt die kann ich auch gleich mitverwenden und sonst habe ich auf der rubrik aber nichts nö gut dann klingt das doch nach einem plan mal gucken wir in der farbe oh man bekommt nur einmal grüne farbe draus wait gibt es auch wieder verschiedene sachen da bekommt man nur einmal grüne farbe draus schade oh ja besser als gar nichts ne wie gesagt wir haben hier auch noch das gras aus dem kann man ja auch grüne farbe machen soweit ich gerade gesehen habe wobei dschungelgras und dschungelgras kann man auch noch andere sachen machen ne ganz kurz hier nochmal ähm gucken genau hier auch dschungelgras kann man achso mittels extrahieren ok ähm was kann man dschungelgras noch alles machen ein besen ich bin der deutschen sprache nicht so mächtig besen die meinte aber nicht diesen besen mit dem du ne also diesen dieses gartenwerkzeug besen oder doch sweeper hä wozu gibt es denn hier einen besen um glas zu rein what hä 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 ich dachte das werkzeug das man hier irgendwie weiß nicht irgendwas sauber machen kann oder so das hier wegfliegen kann oder sowas keine ahnung what the fu war ok gut dann lassen wir mal lieber unsere finger von ja ne ok kommt also auf jeden fall das weg erstmal wieder zurück das können wir noch für andere sachen gebrauchen ähm sollte an farbe auch erstmal reich was wir jetzt haben so so und so wir brauchen erstmal sechs mal grüne farbe vier mal rote farbe und zwei mal blaue farbe oder oder waren die beide andersrum doch blau war das letzte start und ne genau blau war das letzte so dann brauchen wir jetzt die ganzen batterien die wir haben dann können wir schon anfangen mit den dingern also mit den energiekristallen zu bauen ist doch gar nicht mal so schlecht okay das heißt die fertigung raster alles naja hier dritte kann man ja auch nicht decken naja scheiße so was 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 fehlt mir ach rot war der erste schritt ah ok stimmt ja eben zwar ja also brauchen wir hier von nur vier und von den brauchen wir sechs so wird ein schuh draus ok zweitens raster alles gut das heißt wir haben die vier roten äh die drei roten jetzt brauchen wir zwei grüne da brauchen wir grüne farbe und gold für gold haben wir zum glück auch noch vier stück und dann brauchen wir noch zweimal dieses mit riel mit riel haben wir ja noch gar nicht muss ich also auch ohne rote packen ok fertig und raster alles jetzt brauche ich noch mal paar batterien bam so jetzt haben wir zwei grüne und jetzt brauchen wir noch einen blauen und für diesen blauen brauchen wir mit riel genau mit riel brauchen wir ein stück davon daraus machen wir zwei barren dann passt das ganze schlafmaschine rinde mit dir und rinde mit dir perfekt ins fertigungs raster und jawoll gut das heißt die energiekristalle haben wir schon mal jetzt kommen die dinger und das wird spaßig jetzt haben wir den ersten schritt von 300 wobei alles was wir jetzt noch brauchen ist hoffenweise von diesen kreisigen blättern ne ja das klingt doch machbar so wie viele brauchen wir alter wir brauchen für ein ding vier diamanten und wir brauchen halt sieben stück das tut so weh mhm 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 das ist nicht gut oh mein gott uns brauchen 28 mal edel gut edelstallwaren ist kein problem davon haben wir sehr viele Edelstall bekommt man nämlich aus Stahl und Kohle und das sind alles Sachen die wir massig haben also glaube ich zumindest kohlenstoff und krumm sicher ok gut wenn du sagst dann gut brauchen wir also 36 mal geht nicht die wochen 28 28 also können wir gleich gucken ob wir noch mehr brauchen genau hier nämlich noch zwei hier noch zwei und hier noch das heißt wir brauchen 28 plus was genau plus sechs also 44 34 34 34 34 34 edelstahl waren so und wir bekommen aber immer fünf das heißt wir bräuchten 35 also sieben durchgänge als wochen war sieben mal chrome und 28 mal kohlenstoff so sieben mal chrome kriegen wir hin und kohlenstoff alles andere genau das haben wir auch okay das kann man so direkt machen sehr geil dann müssen wir jetzt leunen ist ja ein neugierungs offen genau oder andersrum machen wir lieber so rum sehr geil das passt okay 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 dann kriegen wir daraus die ganzen trendscheiben da brauchen wir noch ein motor und verbrauche machen wir in der nächsten folge ich habe mich das vermisst das ist halt schon an dieser technik mod dass du da halt so stundenlang über alles herum grübeln kannst ja schon geil da habe ich mal sagen machen wir mal in der nächsten folge weiter ja mal schauen ob wir packen in der nächsten folge bis dann so 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 so